Hallo zusammen, hier ist mir wieder euer Doc. Ich mache heute einen kleinen Review. Ich war in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Pre-Release-Turnier für die neue Magic-Edition Fate Reforged, zu deutsch Schmiede des Schicksals. Stattgefunden hat das im Fantasy-Spiele-Laden in Passau. An dieser Stelle ein paar Kleinigkeiten. Für diejenigen, die sich für Magic nicht interessieren, einen schönen Tag noch. Ich habe keine Filmaufnahmen gemacht, sondern nur Fotos aufgenommen. Der Grund, der Laden zahlt eine ganze Menge Geld an die GEMA, um dort für die Kunden Musik spielen zu können. Wenn ich allerdings dort Videoaufnahmen gemacht hätte, dann hätte ich auch hergehen müssen und mich mit der GEMA über die Kosten einigen und lauter solche Sachen. Dann habe ich keine Lust zu, insbesondere warum soll die GEMA für die Musik doppelt kassieren. Dementsprechend keine Videoaufnahmen, nur Fotos. Zweites dazu, ich habe natürlich die Erlaubnis, sowohl vom Shopkeeper als auch von den Leuten, die da waren. Es gab ein, zwei Leute, die gesagt haben, nein, ich möchte mein Gesicht nicht auf einem YouTube-Video sehen oder in einem YouTube-Video. Ich habe aber nicht alle Fotos selber gemacht. Es kann also passieren, dass mal irgendwo eine geschwärzte Silhouette auftaucht, weil ich jemand anderem die Kamera in die Hand gedrückt habe, denn ich war natürlich mit meinen Karten und mit dem Spielen beschäftigt und habe deswegen nicht dauernd irgendwelche Fotos geschossen. Schon allein auch, um die anderen nicht großartig zu belästigen. Deswegen sind auch nicht so wirklich viele Fotos geworden. Sollte trotzdem mal irgendwo eine schwarze Silhouette auftauchen, wo ich halt jemanden geschwärzt habe, der nicht gesehen werden möchte, bitte ich das zu entschuldigen. Das ist einfach eine Sache der Persönlichkeitsrechte. Und dann noch das Letzte. Das ist ein Laden. Der Laden verkauft alle möglichen, ich sage jetzt einmal, Geek-Dinge. Ne, sprich irgendwelche Magic-Karten, Spiele, Bücher, Lab-Zubehör, was auch immer. Ich werde mir nicht die Mühe machen, das alles zu schwärzen. Einfach, weil das ein ganzer Haufen Arbeit wäre. Das sind keine Product Placements. Es ist einfach nur da. Ich bin zu faul, mir damit so wahnsinnig viel Mühe zu machen. Ich mache hier jetzt auch keine Werbung für Magic oder sowas. Ich weiß, was Gott nicht. Ich kriege dafür keinen Cent, soweit mir bekannt ist. Ich illustriere damit einfach nur das, was ich zu erzählen habe. Soweit mir, wie gesagt, innerverinnerlicht ist, habe ich von Magic kein Angebot vorliegen, dass ich Geld für dieses Video bekomme. Es ist kein Product Placement. Es ist einfach eine Fende. Okay. Nachdem das jetzt alles geklärt ist, gehe ich mal davon aus, dass nur noch Leute da sind, die tatsächlich ein bisschen Ahnung von Magic haben oder sich ein bisschen dafür interessieren. Man kauft ja so ein Pre-Release-Pack. Ich habe hier auch meinen Life-Counter-Würfel. Moment, ich muss den richtigen nehmen. Hier, schön in Rot, denn ich habe mich für den Clan Mardu entschieden. Der ist in der Basis Rot und ansonsten noch Weiß und Schwarz. Ich habe mich für diese Kombination entschieden, weil ich der Ansicht war, dass ich damit noch am ehesten ein schnelles, starkes Deck bauen kann. Ich war insofern richtig. Wenn ich gut gespielt habe, sprich, wenn ich gewonnen habe, zweimal habe ich gewonnen, sogar 2-0 gewonnen, wenn das passiert ist, habe ich meistens das Spiel sehr gut dominiert und es ging auch relativ schnell vorbei. Es ist mir aber auch passiert, dass mir schlicht und ergreifend die Luft ausgegangen ist oder dass ich Mist gebaut habe, strategisch wie taktisch. Und ja, dann mein Gegner seine Strategie fahren konnte und ich entweder keine Karten mehr auf der Hand hatte oder ich hatte zwar Karten auf der Hand, aber dann alles irgendwie in einer Farbe und kein Mahn, um dieses Zeug auszuspielen. Ist mir passiert, schade, aber gut, ich habe also nicht gewonnen. Das nur mal so vorweg. Ich habe, wenn ich mich nicht irre, irgendwo so in der Mitte platziert, 9. oder 10. von 18. Genau weiß ich es nicht. Ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Also ich habe schöne Matches gespielt. Es ist nicht so gewesen, dass ich vollkommen hilflos da gestanden wäre. Gut, ein, zwei Mal habe ich mir echt so gedacht, es wird noch so lange dauern, bis ich tot bin, aber ich sehe keine Chance noch zu gewinnen. Das war, aber ich bin nicht der Typ, der aufgibt. Man muss mich schon besiegen. Es gab im Rahmen des Events noch eine eigene Kleinigkeit, und zwar die Rettung von Ugin. Für diejenigen, die das nicht wissen, Ugin ist ein Drache, ein ganz besonderer Drache. Sozusagen der König der Drachen. Er erinnert ein bisschen an den Fairytale. Und der Planeswalker Sarkhan, ich glaube zumindest, dass er einer ist, ich kenne mich selber nicht so gut in den Hintergründen aus, aber er wollte diesen Drachen retten, und zwar in der Vergangenheit, denn inzwischen ist der Drache tot. Und im dritten Teil dieser Edition, beziehungsweise im dritten Teil dieses Blogs, so muss ich sagen, wird sich dadurch die Welt verändert haben, weil dann die Drachen einfach effektiv noch da sind, während sie halt jetzt ausgelöscht waren und die Clans regiert haben. Ja, um das jetzt hinzubekommen, dass der überlebt, das war das Ziel dieser Aktion, gab es drei Phasen zu bewältigen, und zwar als erstes ein Fragment von Ugins Lebensenergie zu aktivieren, um ihn finden zu können, war die erste Phase. Die zweite Phase war, nachdem Ugin gefunden wurde, ihn in eine Art Heilkokon zu stecken, diesen zu schaffen, und in der dritten Phase dann sozusagen Ugin zu heilen und damit am Leben zu erhalten. Zu diesem Zweck gab es in jeder Phase drei Achievements, die man erfüllen sollte. Sobald die Hälfte der Spieler es geschafft hat, ein Achievement zu erfüllen, also die nötigen neun Punkte in unserem Fall, zusammen zu bekommen, dann wird übergegangen zur nächsten Phase. Wir haben die erste Phase relativ schnell abgehandelt gehabt, noch bevor ich es geschafft habe, ein Achievement zu bekommen. Ich muss dazu sagen, diese drei Achievements habe ich im späteren Verlauf des Abends alle drei geschafft. Aber da war es halt dann nicht mehr von Bedeutung. Ich konnte aber in der zweiten Phase, das war immer noch während meines ersten Matches, und mit meinem Schlusszug im ersten Match konnte ich meinem Gegner acht Schaden machen und acht Lebenspunkte abziehen, die zeige ich euch noch, und eben acht Lebenspunkte auf mich übertragen und dadurch ein Achievement bekommen. Hier ist das Kreuz, um es zu beweisen. Wir kamen dann auch relativ bald in Phase 3, und auch in Phase 3 gelang es mir relativ schnell, einen Punkt zu bekommen. Ich habe also durchaus meinen Beitrag geleistet, zwar nicht in der ersten Phase, aber dafür in den beiden späteren. und wir haben Ugin wiederbelebt. Wir bekamen dafür dann so einen kleinen Mini-Booster. Da waren, ich glaube, drei Karten und ein Token drin. Ein Land war, glaube ich, drin, eine Kreatur und ein Zauber. War ganz cool soweit. Wir haben es also geschafft, Ugin wieder zu geleben. Relativ schnell. Das war am Ende des zweiten Matches, hatten wir das bereits geschafft. Wir mussten insgesamt fünf spielen. Der Rest des Abends war dann also ein kleines bisschen ruhiger, weil nicht ständig irgendjemand rufen musste, hier Achievement, da Achievement. War okay. Man durfte diese Karten dann natürlich nicht gleich ins Turnierdeck einbauen. Das war nicht legal, aber das hätte sich bei mir auch nicht gelohnt. Ja, ich kann euch jetzt einfach noch ein paar Impressionen zeigen, die ich gemacht habe. Also hier sind jetzt erst einmal zwei Bilder. Das war so am Ende vom Deckbau. Da hatte ich dann mein Deck auch schon fertig. Da konnte ich ein paar Bilder schießen. Und hier habe ich noch ein paar Impressionen, die halt während des Spielens gemacht wurden. Sprich, da waren die Leute am Spielen. Da habe ich jemand anderem die Kamera in die Hand gedrückt. Er soll mal ein paar Fotos schießen. Stellt relativ gut dar, wie ich finde, wie das halt so abläuft. Da sitzen halt dann ein Haufen Leute da und spielen Karten. Und das Ganze geht relativ friedlich und ruhig ab. Und naja, 18 Leute haben Spaß, mehr oder weniger. Gut, ein, zwei Leute sitzen halt da und schauen zu oder haben, naja, nichts zu tun im Großen und Ganzen, außer irgendwo das Ganze beaufsichtigen. Ja, wie gesagt, ich bin irgendwo im Mittelfeld gewesen. Zwei Mal gewonnen, Drei Mal verloren. C'est la vie, passiert. Ich möchte jetzt einfach noch ein paar Karten zeigen, die ich gezogen habe, die ich auch eingesetzt habe und an denen ich viel Spaß hatte, teilweise, oder die sehr nützlich waren. Zum einen, ich hatte die hier gezogen. Brutale Nährung. Das war das, was mir effektiv das erste Match gewonnen hat. Das war immer mein Entzug, diese Karte zu spielen. Und zwar, man bekommt, man kann entweder einer Kreatur oder einem Spieler Schadenspunkte machen, x Schadenspunkte und dafür x Lebenspunkte bekommen. Wobei x die Zahl der Kreaturen ist, die man kontrolliert. Und zwar für ein schwarzes, ein weißes und ein farbloses. Und das ist erstens super billig und in einem Token Deck absolut tödlich. Nein, ich hatte wirklich Spaß und ich habe es eben in meinem ersten Match beim zweiten Duell geschafft, das Duell dadurch zu beenden, dass ich acht Kreaturen draußen hatte, mein Gegner nur noch fünf Lebenspunkte. So habe ich gewonnen und auch das Achievement für die zweite Phase bekommen. War cool, also die Karte werde ich mir merken und höchstwahrscheinlich auch irgendwo verbauen. Sie war auch deswegen besonders effektiv, weil ich ihn hier hatte. Denn Mardu Kommando Führer ist meine Pre-Release Karte, sprich mit Datum und gefoilt. Sehr schön. 3-2. Jedes Mal, wenn er angreift, darf ich einen schwarzen Kreaturspielstein ins Spiel bringen. Krieger 2-1. Ist sehr nützlich, wie ich finde, um eben noch ein bisschen zusätzliche Offensive aufzubauen oder auch ein bisschen zusätzliche Defensive. Vorausgesetzt, man hat ein halbwegs freies Feld, über das man laufen kann, um ihn angreifen zu lassen, weil klar, wenn er in den Friedhof geht, bringt er einem nichts mehr. Aber man kann ihn für ein farbloses Meer spielen als Sturmangriff. Das heißt, er kommt rein, hat Eile, kann angreifen und wird am Ende des Zuges wieder auf die Hand zurückgenommen. Das sorgt auch dafür, dass er nicht irgendwie im Zug des Gegners durch irgendeine Hexerei entfernt werden kann, sondern bestenfalls eben durch Kampfschaden oder einen Spontanzauber oder irgendetwas in der Richtung. Finde ich sehr gut. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendeine Möglichkeit finden werde, ihn zu verwenden. Dann eine Karte, von der hatte ich tatsächlich vorher schon gehört. Die wollte ich auch unbedingt haben. Ich war sehr happy, als ich sie gezogen habe. Endaemon mit 4-4 auszuspielen für zwei schwarze und vier farblose. Allerdings hat er die Fähigkeit wühlen. Das heißt, man kann das farblose Mana reduzieren, indem man Karten aus dem Friedhof entfernt. Normalerweise würde ich das eher nicht machen, weil ich mit meinem Friedhof oftmals irgendetwas vorhabe, sprich Kreaturen wiederbeleben oder sowas. In diesem Fall ist es aber so, für jede Kreaturenkarte, die man entfernt und die irgendeine besondere Fähigkeit hatte, wie beispielsweise Death Touch oder Lifelink oder Fliegen oder First Strike oder sowas, wird diese Fähigkeit übertragen für jede Kreaturenkarte, die man eben entsprechend aus dem Spiel entfernt. Ich habe diesen Dämon mit Death Touch gespielt, ich habe ihn mit Flying und Death Touch gespielt, ich habe ihn glaube ich auch mal mit Flying und Haste gespielt. Er kommt da relativ gut, er ist zwar oft genug ausgeblockt worden, aber er kam da teilweise richtig übel. Ich hatte damit viel Spaß und ich weiß jetzt bereits, wo er hinkommt. Ich habe da einen guten Schwung Dämonen, mit dem da ein Deck entstehen wird. Das wird ein ziemlicher Spaß. Das hier ist eine Karte, die eigentlich sehr schön ist, die mir im Spiel auch sehr viel geholfen hat, die mir aber so vermutlich eher seltener was helfen wird. Weil sie ist eben Weiß-Rot. Ich bin so ein alter Schwarzspieler. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht Schwarz spiele. Rot, okay. Weiß ist nicht so das meine. Vielleicht lässt sich das mal irgendwie mit einem Splash oder so machen. Kreaturen, die ich kontrolliere als Spontanzauber, bekommen Plus 2, Plus 1 und werden enttappt. Das kann einen Gegner bei einem Massenangriff insbesondere richtig in Schwierigkeiten bringen. Und wenn man dazu dann auch noch folgende Karte zur Verfügung hat. Die Temur Kampfhut. Dann kann das richtig bitter werden, denn damit kann ich einer Kreatur Doppelschlag bis zum Ende des Zuges geben und wenn ich eine Kreatur kontrolliere, die Stärke 4 oder mehr hat, bekommt die verzauberte Kreatur auch noch Trample. Ich weiß von mindestens zwei Spielern, die diese Karte eingesetzt haben, um richtig heftige Schäden auszuteilen. Einmal, glaube ich, sogar 18 Schaden oder so in einem Angriff. Das kommt ziemlich bitter. Ganz ehrlich, tolle Sache. Ich denke, ich weiß, wo ich diese Karte hinpacken werde. Sprich, ich habe vor, die auch in Zukunft zu spielen. Weil mir die, die war echt klasse und die ist super billig. dafür, dass sie einen richtig heftigen Effekt hat oder einen Effekt hat, der richtig heftig einschlagen kann. Die letzte Karte, die ich euch zeigen möchte, ist dieser Flammenfahrt, ja, Flammenfahrtphönix. Auszuspielen für zwei rote und ein farbloses. Fakt ist, ich habe ihn tatsächlich für diese Kosten nie gespielt, was auch nicht nötig war. Denn er hat Fliegen und Eile, muss in jedem Zug angreifen, wenn möglich, leider, aber wenn er im Friedhof ist und ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere, muss ich nur ein rotes Mana ausgeben, um ihn aus dem Friedhof zurückzuholen und zwar ungetappt aufs Spielfeld. Das ist eine sehr geile Fähigkeit, wie ich finde. Es macht richtig Spaß, mit dem zu spielen. Ich bin tatsächlich hergegangen und habe ihn in einer Runde quasi geopfert, auf eine bestimmte Art und Weise, um einen anderen Effekt zu triggern und konnte ihn fast in der gleichen Runde wieder aufs Spielfeld zurückholen. Das war wirklich klasse. Ich hatte sehr viel Spaß mit ihm zu spielen und ich musste ihn davor aus Manaus-Gru gründen tatsächlich von meiner Hand abwerfen, konnte ihn wieder zurückholen. Das ist wirklich eine sehr nette Taktik, eine sehr nette Strategie und eine sehr nette Karte, die mir wirklich gut gefällt. Und ich hoffe, dass ich irgendeine Möglichkeit finde, den irgendwo einzubauen, weil der ist ziemlich klasse. Ja, das waren jetzt die Karten, die mir besonders aufgefallen sind und die ich verwendet habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich würde in der Box noch ein, zwei Karten finden, die interessant sind, die ich einfach beiseite gelegt habe, aber sie für mich nicht so interessant waren. In der Situation, in der ich eben einfach nur schnell mein Deck bauen wollte. Ich habe auch noch einen Booster gewonnen, also dafür war ich gut genug. Da waren auch noch ein, zwei nette Karten drin, aber was da drin war, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Freude da dran. Ich schätze, wirklich interessant ist das nur für Magic-Spieler. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, eine gute Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ich wünsche euch